ok dann willkommen zu diesem kick ich habe jetzt gerade markus pepke von mein kurs magdeburg www mein-kurs-magdeburg.de hier zu gast ihr habt euch ja ganz frisch gegründet und jetzt gerade so ein bisschen das problem ich sag mal alles chaos gefühlt zumindest hast du jetzt vorhin gesagt wie schaut das generell aus gründung das heißt auch das erste mal bei euch richtig genau das ist das erste mal bzw für mich das erste mal ich komme jetzt aus einem anstellungsverhältnis bei lehr meiner partnerin ist das ein bisschen anders ist jetzt schon einige jahre freiberuflich unterwegs wie gesagt aber für eine firmengründung an sich für uns beide das erste mal und da gibt es natürlich eine menge wege die man ledigen muss und das ist recht ungeordnet und ja sind einige aufgaben die auf einen zukommen und die immer in der richtigen reihenfolge zu erledigen ist einem schwierig vielleicht mal gesagt hast viele wege so auch als tipp für frische gründer welche wege sollte man so als erstes erledigen oder welche fallen generell an ja grundsätzlich erstmal der weg zum notar der wenn man schnell gründen möchte bei dem man sich natürlich frühzeitig um termin kümmern muss weil die notare haben sehr viel zu tun und wir hatten glück wir haben einen termin nach zwei wochen bereits bekommen was nicht selbstverständlich ist dann natürlich gewerbe anmelden der weg zum finanzamt genau und zur ihk wenn es nötig ist und eben noch diverse andere je nachdem was man eben macht aber wobei es ja auch extrem davon abhängt was du gründest also bei euch war es jetzt eine ug gewesen haftungsbeschränkt richtig genau also ihr habt eine gesellschaft gegründet da fährt ja ein notar an weil muss das gesellschaftsvertrag alles aufgesetzt werden richtig richtig genau ja okay also das würde ja zum beispiel wegfallen wenn ich mich nur als einzelunternehmer gründe da bricht ja wahrscheinlich schon mal kein notar wenn ich jetzt nur normal so selbstständiger bin ohne eine gesellschaft dahinter für der notar schon mal wegfallen auch gleich für die anderen angemerkt für euch höhere gewerbeanmeldung auch nur notwendig wenn ihr ein gewerbe habt also in meinem fall ich habe jetzt nur einen weg zum finanzamt gehabt und dann hat diesen versicherungskram weil ich halt frei beruflich tätig bin hat natürlich mal einschränkungen gewerbe habt ihr ja das heißt dürfte auch sachen verkaufen gesellschaft ist ja auch noch vorteilhaft bei verschiedenen sachen aber kommt dann immer darauf an was ich schlussendlich machen möchte aber bei euch was hat der weg gewesen hat sich das einfach so ergeben oder also warum jetzt zum beispiel gesagt okay gewerbeanmeldung etc gab es da spezielle gründe oder wie schaut das da aus ja gut also wir wollen ja in erster linie mal jetzt eine internetplattform betreiben wo wir mit verschiedenen freiberufern auch zusammenarbeiten die uns wiederum rechnungen stellen können etc und da war bei uns eigentlich die einfachste struktur die ug beziehungsweise eigentlich die gmbh war in unserem fall die ug um im kleinen starten zu können und das war eigentlich so der hauptgrund warum uns das für die ug entschieden haben und so generell im vorfeld dessen hast du ja gesagt also du warst auf jeden fall ein bisschen nervöser bei lea die macht es ja schon eine weile aber so generell diese idee von wir machen jetzt da was zusammen gerade auch mit dem partner das wäre im prinzip ja auch raum für eine komplett eigene folge mit dem partner zusammen unternehmen gründen da gibt es ja viele fallstricke aber generell nervosität im vorfeld überlegen kann das alles überhaupt funktionieren wie schaut es da aus die schlaflosen nächte wie viele gab es davon ja eher dahingehend dass ich überlegt habe der den abschwung aus der aus dem anstellungsverhältnis zu zu wagen also das waren also die schlaflosen nächte also wie ist man dann abgesichert spielt ja eine große rolle gerade im übergang ist das einkommen am anfang schon überhaupt gesichert jetzt hätte da muss man sich gedanken darüber machen also das waren also die schlaflosen nächte dass wir beide uns vielleicht nicht in irgendwelchen themen nicht verstehen dass er weniger also wir finden immer und welche kompromisse oder ja da sind auch die themengebiete ganz klar getrennt wäre wer da was zu machen hat bei uns okay also in dem fall jetzt weniger der unterschied zwischen business und private girlfriend sondern einfach man ist partner sowohl als auch in jeder lebenslage genau richtig so okay also finde ich auf jeden fall gut dass es bei euch so klappt an der stelle was mich auf jeden fall noch interessieren würde das ja schon gesagt also schlaflose nächte im vorfeld waren das jetzt eher so hirngespinste von wie ist das in fünf jahren oder gab es jetzt aus deiner sicht schon richtig anlass zu sagen naja ich habe mich aber jetzt jahrelang nicht um thema altersvorsorge zum beispiel gekümmert jetzt ist es irgendwie zu spät oder war wie war das jetzt also war gab es wirklich richtig anders weil das ja so gehirn konstrukt von der übliche deutsche der sich dann gedanken umsonst was macht genau das ja also viele kleinigkeiten über die man sich gedanken macht die eventuell schief laufen könnten das meiste wo man sich sorgen macht tritt eh nie ein weil irgendwer gesagt das ist denke ich auch so aber trotzdem macht man sich die gedanken ja und die lassen einmal nicht schlafen ja ist ja prinzipiell auch falsch meine ich dass die halt gedanken über eventualitäten machst gerade wenn du und deine freundin also in der partnerschaft ja dann auch gemeinsam damit drin hängt also klar kann viel scheiße passieren aber prinzipiell da bin ich jetzt muss ich auch eine lanze brechen mal für es amerikaner gerade die kalifornischen unternehmen gründen noch und löcher die sind manchmal schon zu optimistisch von auch hier kommen machen und das ding läuft dann wohingegen ich gerade in deutschland das teilweise zu konservativ zu zurückhalten wiederum finde prinzipiell aber super sagt dass euch auf jeden fall im vorfeld gedanken gemacht hat was könnte funktionieren wie könnte es vielleicht auch schief gehen ist immer so ein worst case szenario kann ja auf jeden fall auch nicht schaden dass man das zumindest mal ausgearbeitet hat und dann einfach auch zu wissen okay was könnte ich machen wenn das eintritt also in dem zusammenhang hast du auch so muss jetzt keine details nennen betreffend absicherungen irgendwie was geplant so wenn jetzt die reißleine wird gezogen nach sechs monaten oder so was man hat sich hat gar nichts tut wenn sich das nicht entwickelt oder wie schaut es da aus ja also der plan wenn wirklich nichts funktionieren sollte ist natürlich der dann geht es erstmal wieder zurück in die festanstellung also denke da werde ich immer ja eine gute chance auf dem arbeitsmarkt haben das wäre mein plan lehr könnte ganz einfach einfach ihre freiberuflichkeit weiterführen also das ist natürlich auch kein problem bei ihr dann weitermachen wie vorher genau sozusagen bei denen wäre es halt einfach nur von einem unternehmens nächste quasi mit halt dieser kurzen zwischenzeit sollte es halt nicht klappen aber soweit plan gemacht habt euch so im groben zumindest jetzt sagen kann hier also es ist am anfang mal ein bisschen blöd das geld zu reden aber ich sage mal dieser break even point sehr gerne genannt wird also ja dann sollte es sich rechnen ansonsten haben wir halt die ersparnisse gar nicht mehr die behalten dass man dafür ausgeben also das ist schon so ein bisschen meter kopf auch gewesen dass du dann sagen kannst du so lange testen warum und wenn es bis dann nicht funktioniert dann lassen wir das oder wie schaut es da aus also plan für notfall genau also es gibt ko kriterien also wenn die eintreten dann ist dann haben wir ganz klar uns verständlich darüber dass wir damit aufhören okay magst du da vielleicht ein zweimal nennen die du auch problemlos teilen möchtest was so ein kriterium wäre ja zum beispiel wenn wir hier nach wo keine akzeptanz finden mit dem was wir machen was wenn wir niemanden haben wir mit uns zusammenarbeitet also wirklich gar gar keiner genau also wenn der döner keinen döner verkauft der dünner land wenn du noch verkauft dann keine kunden hat ganz einfach gesprochen dann ist für ihn ja auch das geschäft schwierig ja also das ist ein kriterium das meiste ergibt sich ja dann auch aus dem tagesgeschäft sicherlich gibt es einige dinge die man überhaupt noch nicht betrachtet hat also wir haben uns viele sachen schon vorstück vorgestellt was eintreten könnte aber es gibt sicherlich auch dinge die dann einfach eintreten die man vorher noch nicht betrachtet ja und manche sachen wo man hat auch einfach sagen muss muss sich eintreten lassen also ich kann nicht an alles denken und selbst wenn ich an alles denke entweder werde ich da ein nervliches wrack und macht gar nichts mehr oder auf der anderen seite übertreibe ich dann vielleicht manchmal mit dem auch ausblenden also da muss man auch das kann ich jetzt aus erfahrung sagen von sich selbst irgendwie total paralysieren auf der einen seite dass man hat gar nichts mehr macht weil man sich halt nur gedanken machen was könnte sein und hin und her und habe ich das mache dafür keine zeit und dann vergrübelt man den ganzen tag das wäre das eine und das andere kenne ich auch dass man dann halt zu sehr alles ausblendet und dann vielleicht sich auch verrennen kann in bestimmte sachen wenn man etwas super klassisch spannend und total geil oder verbringe jetzt noch zwei tage damit die website noch ein bisschen ausgestalten damit die hübsch wird obwohl es die leute an sich gar nicht interessiert aber jetzt wo du gerade ein nervliches wrack sagst dafür etwas ganz wichtig sein was auch ein ko kriterium ist nämlich wenn das nicht eintreten sollte warum wir das ganze überhaupt machen nämlich dass wir uns hier verwirklichen können dass wir unsere ideen umsetzen können das konnte ich in meiner meiner festanstellung natürlich nur in extrem begrenzten maße und das ist ja eigentlich der grund warum wir hier sind dass wir wir kommen ja ursprünglich aus stuttgart komme ich eigentlich zurück bin also ein wiederkehrer und das ist das ist auch der grund warum wir magdeburg gewählt haben weil wir einfach denken oder sehen dass man hier noch viel gestalten kann und das ist der grund warum jetzt den schritt gewagt haben wir wollen also gestalten und wollen mit daran teilhaben selbst kreativ werden und einfach unsere ideen verwirklichen und wenn das nicht funktioniert und das auf dem weg den wir es eingeschränkt haben nicht funktionieren sollte dann wäre das auch ein kript ko kriterium okay also ein bisschen sagen wir mal zweite generation aufbau ost die die nicht rüber kommen und helfen sondern die die von hier kommen und auch für sich selbst einfach was aufbauen wollen also spaßfaktor ist auf jeden fall noch spielt eine rolle selbst durch selbst verwirklichung einfach dass du halt das gerne machst was du machst genau steht ganz oben eigentlich ja okay ich glaube das kann man dann auch heute direkt als fazit nehmen also tue das was du liebst mag zwar ganz ganz allgemein klingen aber gerade wenn ich mich gründe wenn ich unternehmer werden möchte oder einfach nur etwas arbeiten will irgendwann muss ich ja sowieso arbeiten aber da kann es niemals schaden das auch ein bisschen leiden zu können was ich den spieler tour nein das stimmt ja sollte man okay markus abgüssen noch wo kann man euch überall finden ja uns kann man finden zum einen an unserer adresse in der schöne becker straße 54 in magdeburg bukau und zum anderen natürlich auch online und zwar unter www.mein-kurs-magdeburg.de und eben auch auf instagram und facebook okay unter welchem handle dort also das bei facebook findet man uns unter mein kurs magdeburg alles zusammengeschrieben okay und man findet uns bei instagram unter mein kurs md auch zusammengeschrieben okay alles klar aber ansonsten www.mein-kurs-magdeburg.de da ist ja wahrscheinlich eh nochmal alles verlinkt und wenn die kurse dann anlaufen beziehungsweise die die ja schon angelaufen sind die findet man dann auch alle dort die werden da zu finden sein ganz richtig wir starten offiziell jetzt im november es werden jetzt im oktober schon so ein paar testkurse laufen die vor allem aber auch leer gibt bei uns in den neuen räumlichkeiten wir haben jede menge umbaumaßnahmen jetzt bei unserer immobilie die übrigens sehr sehr schön in sich war davon drinnen gewesen so super anlage genau und ja da werden jetzt noch wände eingerissen und machen noch andere wände wieder zu und das noch jeder mehr zu tun und da hoffen wir das oder das wir den plan einhalten oder ich gehe davon aus dass wir den einhalten und dann wirklich offiziell am november start oder aber ab 1. november starten können genau okay dann würde ich sagen auf dann in den heller leuchteten räumen von mein kurs magdeburg schöne becker straße in magdeburg und ansonsten hinterlassen kommentare wir freuen uns immer über feedback das war jetzt Markus von mein kurs magdeburg ich bin christian und wir hören uns tschüss und ein göttörer Kurcel und das ist ein von QI-QI-K��! From QI-QIWICI Я www.QI-QI-K coupon